Medien gesprochen hat, in der Öffentlichkeit, bei den privaten und von der Allgemeinheit finanzierten Medien, da werden wir leider oft sträflich vernachlässigt, aber zum Glück haben wir ja auch unsere eigenen. Hier habe ich zum Beispiel mehrere Exemplare vom Tunnelblick und hier wird das Projekt Umstieg 21, das von unseren Ingenieuren ausgearbeitet worden ist, ein ausführliches Projekt, das dazu verhelfen könnte, dass wir jetzt noch von den bereits angerichteten Schäden versuchen, das Beste rauszuholen und eventuell schon vorhandene Teile, die jetzt umgebaut worden sind, zu nutzen und trotzdem noch ein einigermaßen vernünftiges Projekt daraus zu machen. Ach ja, die jungen Leute, die hier gerade vorbeilaufen, wir stehen hier, weil wir für den Kopfbahnhof in Stuttgart sind, für einen modernen Verkehr und gegen Stau und Staub in Stuttgart. Ehe jetzt die Vertreterin von der Gruppe Fehmarn-Belt-Ritter spricht, macht uns nochmal der Musikant, der Herr Schinkel. Das Vergnügen...